Ja, falls mal Fragen hat, McDonalds ist auch schon da. Siehe da hinten. Ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt hier ranzoomen sollte, will ich jetzt aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das zoomt, Helmut. Wie zoomt man so ein dicker Volumen? Ah ja. Also, Fragen? Könntest du mich auch ruhig filmen. Finde ich erlaubt. McDonalds. Hörst du? McDonalds. Dann neben der Uhr. Glasperlen für die Indianer.